63 63 2 Fragen stellen 2 Ich habe ein Hobby. Ich spiele Tennis. Wo ist ein Tennisplatz? Hast du ein Hobby? Ich spiele Fußball. Wo ist ein Fußballplatz? Mein Arm tut weh. Mein Fuß und meine Hand tun auch weh. Wo ist ein Doktor? Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Ich habe auch ein Motorrad. Wo ist ein Parkplatz? Wo ist ein Parkplatz? Ich habe einen Pullover. Ich habe einen Pullover. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans. Wo ist eine Waschmaschine? Wo ist die Waschmaschine? Wo ist die Waschmaschine? wo ist die Waschmaschine? Ich habe einen Teller. Ich habe einen Teller. Ich habe einen Daumen. Ich habe einen Daumen. Ich habe einen Daumen.